Weil mir viele gesagt haben, dass das, äh, ja, dann, ich sag mal, dann bist du noch in so einer unteren Schublade, sag ich mal, als ich jetzt schon bin. Und ich will zumindestens irgendwie versuchen, sag ich mal, auf eigene Hilfe, sag ich mal, irgendwie eine Wohnung zu finden. Weil ich könnte zum Beispiel auch zum Wohnungsamt zum Beispiel gehen, aber das Problem ist, dass halt das Jobs dann nicht mehr, sondern nur noch zum Wohnungsamt. Und das ist noch, ich sag mal, noch mehr ein Absturz, sag ich mal, als ich jetzt schon habe. Und darauf habe ich eigentlich Killerlust. Ich glaube, es können die Zwillinge wieder sein. Nee, es war ein normaler Killer. Hat die nicht auch normale Musik? Und zwar die Legion, es wäre auch die Legion gewesen. Wenn die jetzt nicht die ganze Zeit hier rumtanzen würde. Werd mich doch am Arsch, äh. Das ist nicht. Ja, die Legion. Aber die Zarina tanzte die ganze Zeit da um mich rum. Tut mir leid, Kate, ich muss hier mal dran vorbei. Ja, jetzt läuft er mit seiner Fähigkeit. Er hat aber daneben geschlagen. Das rennt da jemand anders hinterher. Da arbeiten die Leute auch immer da, wo ich hocke. Oder wo ich lang renne. Jetzt liegt die natürlich wegen mir. Und Zarina ist fein raus, äh. Steckt mal weiter zu rennen, Zarina, äh. Aber nee. Ja, jetzt sitzt sie da hinten noch an dem Generator. Ich kann nicht retten gehen, ich bin verletzt. Nee, die hockt da immer noch. Nee, die hockt da immer noch. Ja, die soll jetzt retten gehen. Nee, die hockt da immer noch. Nee, gar nicht meint den Generator. Das ist zu Ende. Irgendwo meine tätige Aufgabe, auch mal ein Schatten. Nee, wie gesagt, du musst jetzt sozusagen zum Update kannst du das so einstellen, dass du sozusagen nur noch die R1-Tasse drückst und dann loslassen kannst. Äh, und kannst sozusagen nebenbei was trinken, während du am Generator sitzt. Ja, ich hoffe, sie hat eben ja doch so gut gegründet. Ja, das war ich. Warum kommt die IT jetzt eigentlich zu mir? Ja, das ist so eine Abspiel-Tante. Ah, ist das nicht wahr? Oh, ist die Ekelhafte. Ist mir scheißegal. Das ist echt ein Abspiel-Tante, die Olle. Die kann durch den Andretten. Hat sie beim Wiederholfen gemacht. Verdient, Alter, verdient. Okay, Kate geht hin. Ich geh die nicht retten, also so eine Abspiel-Tante kann zu Hause gehen in meiner Runde. Kate ist, glaube ich, der Nigger. Nee, okay, dann geh ich wohin. Nee, ich will gleich gehen. Ich will nur die Schritte mehr wegnehmen. Okay. Da die gerannt ist. Ich hab' gar nicht gesehen, dass wir von da kamen. Scheiß drauf. Sarina, ich hab' meinen Stack. Huch. Hi. Hier kommen mir die Verletzten wie Zombies mir entgegen. Geil, oder? Ja, nicht? Ja, ich hab' mich. Neu, er kommt. Das müsste ich aber schon. Ja, sag' ich doch. Micha, wo bist du hingegangen? Hinter's Haus. Seh'n dich. Ich lau' dir zu daher. Ja. Sohne Leute mag ich auch nicht. Die mir irgendwie... Honig wie am Arsch kleben. Hallo Micha, hallo. Hallo, 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 Micha. Nervig. Die Komite ist meine. Ich wollte eh gern vorgehen, aber Sarina ist ja die ganze Zeit da rumgelaufen. Schau mal mit zu rennen. Er kommt auch. Aber von wo? Von da. Von da. Kommt ihr halt jetzt wirklich wieder? Ich weiß nicht, ich bin mehr gerannt. Willkommen zu mir. Vielen Dank. Für die Blumen. Kate war da noch und scheint, oh, hier ist ein Totem. Oh Gott, jetzt ist der hier. Willkommen zu mir. Ich will nur endlich die Millionen. Ich sitze, glaube ich, schon vier Tage da dran, äh, um die Millionen zu haben, äh. Ich bin mit Legion fast fertig, äh. Scheiße, die Tür ist hier nicht offen. Scheiße, der kommt hier hinten rum. Ich bin unten im Keller, also im Schulkeller. Ich weiß, ich hab's schon. Da kommt er auch hin, glaube ich. Ich hab's schon. Problem ist, dass alle verletzt sind. Nee. So ist es mindestens einer wieder gesund. Scheiß drauf. Du hinkst ja mal nicht. Genau. Deswegen macht man das nichts. Aber er rennt mir gar nicht hinterher. Ich hab jetzt gut, weil wir haben zerreden. Ich sitze jetzt hinten im Keller, wenn du kannst. Kann ich dich heilen. Dann wär ich im Keller. Schulkeller. Ich hör jemanden. Ja, das war ich. Kann natürlich seinerseits herkommen, ne? Dann heil mich mal schnell. Dann hat er keinen Ruin. Warte mal, ich stell mich mal auf die Seite. Nee, der ist dann noch. Der ist dann noch bei ihr. Nee, aber dann krieg ich wenigstens den ersten Schlag und du. Und auch den, die Fähigkeit abgebrochen. Dann mach du mal hier. Oder willst du retten gehen? Nee, ich geh retten. Okay. Ich hink jetzt mal auch noch nicht, aber. Weil die andere wird gerade gejagt, deswegen. Ich komm ja nirgendwo raus. Komm nicht nirgendwo raus. Ja, du musst über den Haupteingang raus. Sonst kommst du da nicht. Und da zubt die Olle ja hoch. Ja, die zubt hier. Ich kann die gar nicht retten gehen. Ja, die kommt abschmieren. Boah, geht mir leid auf den Sack, ey, ehrlich. Ja, ich bin da, sagt das so. Nee, jetzt kannst du aber gehen. Jetzt hat er die andere auf der Schulter. Nee, der bringt mich aber nicht weiter. Ich bin so tot. Jetzt hätte sie fallen lassen. Als ob er mich hier gesehen hat. Oh Gott, ist das lächerlich, Alter. Ja, diese Spielweise macht mich schon wieder fertig. Die Selina macht mich so fertig. Jetzt hebt er sie wieder auf, komischerweise. Ja, die ist ja eh tot. Ja, stimmt. Die ist ja auch tot. Wie weitest du die Einzelne, die noch nicht liegen? Ja, ich weiß nicht, wo ich bin. Und ich komme im Keller, definitiv, wenn er weiß, wo ich bin. Ja, der ist in der Kellerhütte. Ja, ich weiß, da bin ich gerade drinnen im Schrank. Das ist schlecht. Ich gehe mal hinten rum. Ich gehe doch weg, Junge. Von den Punkten hier könnte es sogar ganz ordentlich gelaufen sein. Auch wenn wir jetzt drauf gehen. Ich würde ja einen Generator anfassen, aber ich finde keinen. Oh. Eiserne Jungenfrau. Sexy. Ich will, dass ich verletzt bin. Dann macht es ja besonders aus. Ach, der hier unten ist ja noch. Oder auch nicht. Ach doch, hier. Aber den kriege ich nicht fertig, bist du. Hengst. Soll ich jetzt auch wieder hier her? Ich wollte nur so schnell, weit wie möglich weg vom Keller. Und ich gehe gleich aus der Gasse. Und der schlägt da neben. Nein, der ist nicht so wahnsinnig. Ich glaube, der ist noch nichts. Okay, ist noch nichts. Scheiße, das war's. Wer bist du denn? Bei der Hälfte ungefähr. Ja gut, der müssen wir uns erst mal finden. Der ist ja schon fertig. Ich weiß nicht, warum er da an dem Ding ist. Jetzt kommt er hier in die Nähe. Ich bin zur Hälfte angeholt. Jetzt geht er wieder. Ich denke mal, du hast nur geguckt, wo du bist. Ich rät mich jetzt auch. Nee, immer noch nicht. Also entweder du wartet jetzt. Wahrscheinlich hat er noch nöt. Und wartet jetzt nur darauf, dass ich die letzten Niederracht machen einfach jetzt an. Shit, herrlich. Ich hab doch mal 90 gemacht und mich erst hochgehalten. Michael, ich krieg mal zu nem Totem. Gucke mal, ob das Dings ist. Nöt. Guck mal. Bleib weg, bleib weg jetzt bei mir. Ja, ja, ich seh's. Ich seh's noch ganz nah. Ich muss ja in den Busch hier kommen. Nee, das ist kein Töten oder ein Töten. Müsste auch das Letzte sein, was hier steht. Du kannst mich ja so holen. Okay, jetzt gerade nicht. Nee, jetzt ist er da ja noch. Ich hab keinen Hälschlag. Doch, ich aber. Und zwar relativ doll. Ach so, der läuft mit seiner Fähigkeit hier rum. Jetzt geht er zu dir. Jetzt geht er zu dir. Er muss mich erst mal finden. Jetzt hab ich nichts mehr. Jetzt hol mich. Ja, komm, das straffst du ja nicht. Nee, leider nicht. Doch, jetzt. Warte, warte, warte. Nee, jetzt ist er hier. Nee, jetzt ist er nicht mehr da. Mein Gott. Er will mir hier rauskommen. Ich friss mit dem Leben wieder. Ah ja. Ich versteck mich jetzt hinter den Busch hier. Ist weg, ist weg. Na, der ist da hinten an dem. Ja, ich weiß, ich sehe. Oh, der ist da hinten. Oh, was? Das hat er mir aber ganz lang gemacht. Naja, ich glaube nicht. Weißt du, die Frage ist, wo die Ausstänge sind. Ich glaube, wir haben hier an der Schule, hinter der Schule. Achso. Hinter der Schule? Oh, da, wo du jetzt bist. So eine lange Reichweite, ey. Es ist unglaublich. Guck dir, wo der andere Ausgang ist. Da rennt er jetzt auch hin. Deswegen kann ich dich jetzt erst mal hochholen. Das möchte ich, wenn du noch nicht erholen. Ja gut, aber ich muss ja auch erst mal wieder zurückkommen. So, das reicht erst mal. Ach, der andere Ausgang ist hier. Ja, die sind hier noch einmal. Hallo. So, dann gehen wir jetzt mal. Das kriegt der Bus. Ich bin wieder an dem hinter der Schule an dem Ausgang. Und der Boppel da her? Das ist noch nicht. Ja, er rennt mir auch hinterher. Ja, ja, da ist er. Er versucht es mit der Fähigkeit zuzuschlagen. Ganz langsam in meine Richtung zu kommen. Der ist nicht gleichgerufen. Komm her. Ja gut, der ist jetzt mit der Fähigkeit daneben geschlagen. Das schaffe ich aber nicht. Ich bin bei 99%. Ich sehe dich halt nicht. Das ist mal hochholen. Ja, weil ich noch auf der anderen Seite bin. Oh Gott. Kann ich nicht mal blocken. Das stimmt. Und hier ist auch nichts mehr. Oh. Jetzt kommt er zum Ausgang. Pass auf. Der ist auch noch leaks. Du ist aus. Weil er hört dich ja. Ja, er weißt. Er hat mich nicht. Ich habe alles an der Wille. Ach so, okay. Er hat so eine lange Zeit. Er hat mich so lange Reiseit ab. Er muss die Reiseit über die Palette und er schlägt zu und trifft dich. Das finde ich ja mit Freddy, finde ich der immer extrem. Natürlich nicht der gleiche Reiseit. Ja, aber hier ist sonst kein anderer mehr. Ja, ich würde jetzt warten, dass ich meine Puppe so lange war. Ey, das ist krass, wäre jetzt fertig noch unbreakable. Und ich wäre das geil. Jetzt wäre ein breakable geil. Ach, da drüben wäre auch noch ein Haken. Auf der anderen Seite. Kannst du lange machen, aber ich mache meine Puppe versuche nicht. Ich werde meine auch nicht machen. Obwohl, doch, ich muss sie ja machen. Jetzt geht er. Nee, er wartet noch da drauf. Er muss mich ja erst mal aufhängen. Weil ich hing ja auch noch nicht. Ja, deswegen mache ich auch nicht alle Puppe versuche. Ich mache alle drei. Weil er kann nicht beide bewachen. Ich wollte nur warten, bis du auch sagen willst. Er kann nicht beide Leute bewachen. Er wird aber nur noch nicht bewachen. Ja, ich habe keine Puppe versuche. Ja, ich habe keine Puppe versuche. Ja, dann warte mal hier. Ja, hau mich doch. Du bist ja nicht, wenn ich tot bin. Das stimmt. Deswegen kostet es sich ja auch. Ja, super Legion. Hast du geil gemacht? Ja, weil... Hast du jetzt einen Ständer in der Hose? Er ist gerade gekommen. Und ich bin tatsächlich runter. Jetzt in dem Moment, wo er weggegangen ist. Warum bist du nicht gleich zum Ausgang gegangen? Das hätte ich nicht geschafft, weil er war doch nicht zu nah dran. Also du jetzt kommst, dann fress ich den Besen. Nee, nee, das tue ich nicht. Ich versuche mal wieder zurückzukommen. Weil ich davon ausgehe, dass er jetzt... Genau. Warum hast du eigentlich immer dieses Schweineglück? Das war jetzt echt pures Glück. Du hast immer dieses pures Glück. Und damit ist einer rausgekommen. Hast du Ausgang gefordert? Ja, ja, ich habe den Ausgang aufgemacht. Weil ich wusste, dass er mir eigentlich hinterher will. Und ich bin dann... Als ich aus der Sichtweite war, bin ich wieder zurückgegangen. Alter, du hast... Na gut, du bist nicht gekommen, aber trotzdem... Du hast einfach so viele Punkte mehr. 28.000. Du hast 12.000 Punkte mehr. Krass. Na gut, ich habe auch nichts gemacht. Ich habe auch nur einen Pip-Tapel gekriegt, aber das ist egal. Ich habe auch einen Pip-Tapel gekriegt. Hast du gestern einen Pip-Tapel bekommen? Na, ich hatte zwei, aber der habe ich dann auch relativ schnell wieder verloren. Leider. Weil dann auch wieder so eine... Ach, der hat über den drei einzigjährigen Perks gespielt. Der wollte wahrscheinlich das Achievement oder die Trophäe machen. Hätte er jetzt sowieso gekriegt. So ist es jetzt nicht, auch wenn ich jetzt rausgekommen wäre. Du musst ja nicht mehr alle töten dafür.